Aufgewachsen bin ich im schönen Südtirol als im Norden von Italien. Bei meiner ersten Ausfahrt war mit meinem Bruder unterwegs und er hat schon Jahre vorher immer trainiert und trainiert und ich war gleich bei der ersten Ausfahrt geworden dann schon sofort größer wie er. Da habe ich schon gemerkt, okay, das glaube ich könnte ein recht guter Sport für mich sein. Beim Mountainbikes habe ich eigentlich immer riesen Unterstützung von meinen Eltern und meinem Vater bekommen. Okay, ich habe jetzt das Leben können, was er, was eigentlich sein Wunsch und sein Ziel war. Und dann kam eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, nein, ich habe jetzt keine Lust mehr zu beizen, ich will jetzt laufen. Und da ist für meinen Vater dann wirklich ein bisschen die Welt zusammengebrochen. Aber jetzt zum Glück hat sich alles beruhigt und er ist da jetzt 120 Prozent wieder dabei. Vor eineinhalb Jahren habe ich den Lauf angefangen und bin jetzt auf Weltniveau. Es ist immer wichtig, sich weiterzuentwickeln und dann nur da, kann man einen Gestalt gewerben und die Konferenz dazu angeben.